Hallo, schön, dass ihr Zeit habt für unser kleines Interview. Ja, wen cosplayt ihr für die Unwissenden? Ich cosplaye Engine of Sailor Moon und ich cosplaye die normale Sailor Moon, also die zweite Version. Super Sailor Moon, genau. Und habt ihr an einem Wettbewerb teilgenommen? Ne, also wir sind jetzt beide zum ersten Mal hier mit unserem ersten Cosplay. Und wir waren halt bei dem Wettbewerb zwar so zum Zuschauen dabei, aber jetzt hat so noch nicht mitgemacht. Noch nicht, heißt? Nächstes Jahr vielleicht. Okay. Ja, also in Planung schon, aber jetzt fürs erste Mal erstmal alles anschauen. Und ja, und dann eventuell selber mal teilnehmen. Sehr schön. Und die Kostüme sind wirklich toll geworden. Habt ihr die selbst gemacht? Ja. Nein. Ich hab's anfertigen lassen. Wie lange hat's gedauert? Ähm, ich hab zwischen zweieinhalb Monate und drei gebraucht. Oh, doch. Ja, aber ich bin halt vollzeit berufstätig und dann geht halt meistens nur abends und Wochenende. Okay. Und es sind halt Sachen, Teile dabei, die halt dann wirklich lange, lange brauchen. Gerade so diese Basti-Geschichten sind halt sehr lange und so. Trock-Geschichten sind auch ein bisschen schwierig. Aber es geht. Na ja, super. Und dann noch eine Frage. Wo kommt ihr her? Du hast welche Richtung ungefähr? Ich komm aus der Schweiz. Oh, weiter anreise? Dann für die ganze Konjunktur? Acht Stunden oder so. Oh, brauch doch mal einen Zug dann? Äh, nein, mit Auto. Mit Auto. Und du? Aus München. Ah ja. Auch fünf Stunden mit dem Auto. Leider sind die ganzen Convention zum Norden. Ja. Bei uns in der Nähe gibt's gar nichts oder nicht viel. Ich glaub in Österreich gibt's noch eine, ne? Ja, also in München gibt's die Animo, die ist ja auch einmal im Jahr. Ja, und sonst halt eben Österreich und Schweiz und so, Italien, das sind auch überall welche. Okay. Ihr seid jetzt das erste Mal auf der Community, aber auf anderen Convention wart ihr auch schon? Also ich war auf der Animo in München schon und jetzt eben hier. Gut. Ich bin zum ersten Mal generell auf einer Convention. Und, euch gefällt's gut? Ja. Super. Also ihr kommt wieder? Ja, unbedingt. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Und ja, habt ihr noch die Einkaufsliste dabei, das heißt Mangas? Haben wir schon angefangen und es wird bestimmt noch mehr. Ah, okay. Also ja, ich denk auch, also es waren schon ein paar Figuren dabei und aber morgen dann ist es momentan so viel los, da ist einfach viel zu warm und viel zu viele Leute. Das heißt, ihr seid hier zum Sehen, Gesehenwerden und Einkaufen? Genau. Okay. Und zum viele neue Leute kennenlernen und ja. Super. Ja, dann bedanke ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß. Danke euch auch.